«Techtel-Mechtel, der Podcast von Miete!» «Ihr seid nicht falsch, ihr seid alle richtig, das ist schon der richtige Podcast, ihr habt euch nicht verwählt. Zwar Folge 195 vom «Ich sag's jetzt nochmal, Techtel-Mechtel-Podcast». Mit mir, Philipp Brueck, mit dem schockierten Florian Bodochi. Schockiert, amüsiert. Er ist eben der Einzige, der den Sound, wie ihr, auch noch nicht gehört hat. Und schon gehört, ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht nur den schlimmer genommen haben. Ist der Samuel ein guter Mann? Absolut, der andere wäre noch viel, viel mehr cringe gewesen, heutzutage. Keine Angst, zu dem kommen wir auch noch. Und wieso, das wird euch später Michelle Brändler erklären. Und keine Sorge, es ist nicht so ernst gemeint. Also ich habe gemeint, wir behalten den jetzt, oder? Das ist genau, wir sagen dem Simon, nein, schau mal, Moment, ich sehe, mit AI kann man viel die besseren Sachen machen, als du in Handtischer Arbeit auf deinem, was auch immer Software redet, aber nutzt. Genau, weil das wird heute ein Thema sein, wie man Musik kann komponieren, ich sage es jetzt mal in Anführung, ich kann komponieren mit KI. Das hat Michelle gemacht und eben, dabei kommen wir zusammen aus, wie das Intro. Wir reden aber auch über den Google Chrome Incognito Modus. Der hat nämlich dazu geführt, dass Google ein paar Milliarden in welcher Einheit Daten löschen. Datensätze. Ein paar Millionen Datensätze, ja. Millionen, okay. Also sie sind noch dran. Okay. Der Löschprozess, der geht noch ein bisschen. Genau, dann reden wir, wie gesagt, eben über KI-Musik machen. Wir reden über Burn-In bei OLED, wo möglicherweise für immer gelöst ist. Und ich habe Poor Things gesehen, das reden wir im Big Screen darüber. Und dann habe ich in der Spiele noch Horizon Forbidden West. Und vielleicht noch Age of Empires. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Ich hätte es mir auch eingefallen, ich hätte doch auch noch etwas Kleines anderes gehabt. Aber gut, dann lohne ich das. Das ist doch perfekt. Also, dann fangen wir an mit den News. News. News aus der Tech-Welt. Ja, bei uns ist die Story auf der Webseite ziemlich lange hier oben geklebt. Und es geht um Google Chrome und den Inkognito-Modus, der nicht so inkognito ist, wie es vielleicht viele meinen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man Google gezwungen hat, oder eben zwingt, dass sie die Daten, die sie dort trotzdem gesammelt haben, müssen löschen. Flo, du weisst da mehr darüber. Ja, also sie müssen die Daten löschen. Nein, also es ist tatsächlich so, dass sie einfach, wenn du den Inkognito-Modus im Chrome startest und dir das durchlesest, dann wird dir eigentlich klar, was der Inkognito-Modus ist, meiner Meinung nach. Und zwar, es wird nicht in Such- und im Surferlauf angezeigt. Das heisst aber nicht, dass du inkognito im Netz bist. Und das ist aber zu schwobelig gewesen, hat das Gericht befunden. Also es hat auch eine Sammelklage gegeben in den USA, in Kalifornien. Und dort ist es ursprünglich darum gegangen, dass die Schadensersatz wenden. Also das ist ja eigentlich immer so die Intention von diesen Klagen. Und darum bewegen wir uns wirklich auch wieder in Milliardenhöhe. Und herausgekommen ist es aber so, also Google muss jetzt vorübergehend einmal sicher nichts zahlen. Aber das Gericht hat befunden, so wie sie das beschreiben, was da passiert in dem Inkognito-Modus, das ist für die Average-Show nicht verständlich genug. Und jetzt müssen sie das konkret aus Deutsch oder aus Englisch, aus Französisch. Okay, ich höre jetzt auf. Und es gibt neu auch die Möglichkeit, dass wenn du den Inkognito-Modus startest, der Patch ist schon gekommen, also ich habe den schon, dass du komplett Third-Party-Cookies blockieren kannst. Also Cookies darf in dem Inkognito-Modus dich nicht mehr tracken, weisst du, für personalisierte Werbung. So, das kannst du wählen. Aber nach wie vor darf Google die Daten, die sie vorher schon gesammelt haben, eigentlich so weitersammeln. Es ist nur jetzt klar, dass sie das dürfen und sie sagen es dir auch deutlicher. Und wenn sie es vorher nicht deutlich gesagt haben, müssen sie das, was sie vor dem Schiedspruch gesammelt haben, müssen sie jetzt löschen. Betrifft das eigentlich alle Chrome-basierten Browser? Also respektiv, hat es das vorher auch schon betroffen? Ja, Chromium. Offen gestanden kann ich dir das nicht einmal sagen. Ich glaube, es betrifft nur Chrome, weil Google kann ja für das Tracking von anderen Browsern nichts. Sie stellen ja nur den Unterboden. Und wirklich Einflussnerv-Programmierweise können sie ja nur bei Chrome. Also das betrifft jetzt spezifisch Chrome, aber es kann natürlich auch sein, dass das jetzt als Präzedenzfall dann gehandelt wird. Also sie können bei ihrem eigenen Browser natürlich all die Daten abzwacken, aber bei Brave oder Vivaldi oder so, dem von ihr automatisch… Ja, Edge ist ja auch Chromium. Ja. Er basiert auch auf Chromium, ja. Dann können sie einfach die jeweiligen Firmen… Für mich als Sicherheits-Dummy. Was für Daten zwackt denn Google überhaupt ab? Also wenn ich jetzt… Ist ja klar, wenn ich eingeloggt bin mit dem Google-Konto und ich gehe auf Google und suche etwas, dann ist logisch, dann könnte ich zuordnen. Ja, Samuel hat jetzt X, Y gesucht. Wenn ich jetzt nicht eingeloggt bin im Incognito-Modus, tun sie dann gleich irgendwie meinen Suchverlauf der IP-Adresse zuordnen? Oder was für Daten sammelt da Google? Also wenn du nicht im Incognito-Modus bist? Nein, auch im Incognito. Also spielt eigentlich keine Rolle. Oder wenn ich jetzt einfach nicht eingeloggt bin oder beim Google-Konto. Ja. Egal wie im Incognito. Im Incognito ist ja wirklich einfach nur, dass es auf meinem Gerät den Suchverlauf nicht speichert. Genau. Sie sind teilweise auch nicht in dem Mass zuordnenbar, sagt Google. Also sie gehen sich da aber auch ein bisschen schädig, ein bisschen intransparent. Grundsätzlich spielt es eigentlich keine Rolle, ob du eingeloggt bist. Sie können, wenn du Chrome benutzt, und natürlich auch, wenn du die Cookies alle nicht einzeln bist, abstellen und weiss nicht was. Alles. Also deine Surf-History, deine Such-History, deine IPs und vor allem eben auch Sub-Domains. Also sie wissen dann theoretisch ja nicht nur, auf welcher Seite du gesehen bist, sondern auch, was für Inhalte du dir dort reingezogen hast. Und weil das hat ja alles hinten, also mindestens ein Sub-Domain oder irgend so ein Hash und so. Und diese Daten haben sie eigentlich alle. und eben mit dem Google-Account zusammen verknüpft, wo ich ja dann eh habe, wo Google auch weiss, dass es in dem Browser offen ist, könntest du es dann eigentlich auch wirklich der Person zuordnen. Ja, absolut. Das ist dann die andere Frage, oder ob es das überhaupt Sinn macht, aber sie könnten. Das macht es auf jeden Fall, weil sie haben ja auch Partner, die dir nachher eine entsprechend personalisierte Werbung ausspielen. Ja, du kannst ja auch nachschauen, auf deinem Google-Account, was genau Google für Daten gesammelt hat. Du kannst es sogar nachschauen. Sie kennen so ein bisschen meine Interessen zum Thema Kunst oder wann ich irgendwie für eine Schuhgrösse habe, ungefähr, könnte ich das sagen, wegen dem Online-Shopping. Also es ist eigentlich noch erstaunlich, wie viel sie dir zuordnen können, wenn du einfach so surfen gehst. Der Punkt ist ja, wo viele vielleicht eben sich fälschlicherweise darauf verlassen, ist, im Inkognito-Modus, wenn du eben Google bist oder einfach sonst eine Suchmaschine brauchst, bist du meistens ja nicht eingeloggt, weil es ja wie ein neuer Modus ist und du müsstest dich zuerst in dein Google-Konto einloggen und ich nehme an, das machen dann die meisten nicht, wenn man das Gefühl hat, man will ja nicht, dort seine Daten hinterlegen. Ich meine, ich nehme an, die Mehrheit, die Inkognito-Modus braucht, braucht es vermutlich, um meine Pornos zu schauen, das werde ich jetzt einfach mal schwer behaupten. Und ich weiss jetzt nicht, diese Sachen tauchen vermutlich dann auch nicht in deinem Google-Profil auf, wenn du schaust, was es über dich weiss. Ich nehme an, deine sexuellen Vorlieben sind dort nicht aufgelistet. Ja, nein, also die sind natürlich nicht explizit, wenn du sagst, was für Daten hat Google über mich, dann sind sie natürlich nicht, hey, weisst du, deine Suchverläufe der letzten sieben Jahre mit Subdomains und einteilt in that's your king und weiss nicht was, also das so nicht. Aber du siehst jetzt zum Beispiel auch jetzt, sie sind jetzt neu, sind sie transparenter und da heisst jetzt, du befindest dich im Incognito-Modus, Chrome speichert folgende Daten nicht Doppelpunkt und diese Aktivität bleibt eventuell sichtbar für und dann... Eventuell kannst du gerade streichen. Ja, schon. Ja, klar, also es ist halt einfach so, zum alles absichern, Ja, ja, logisch. Aber dann gibt es Varianten, wo so ein bisschen noch sind den Incognito-Modus quasi upgraden, also dass du wie sagst, hey, ich will nicht, dass Google überhaupt irgendetwas über mich weiss. Also dass sie und andere komplett gar nichts über dich erfahren, ist im Fall schon richtig schwierig, wenn du dich im Netz bewegst. Es gibt natürlich es gibt natürlich Tricks, also eben der Incognito-Modus ist nicht das, was offenbar viele denken. Es gibt natürlich die Möglichkeit, du kannst ein VPN benutzen, also ein Virtual Private Network, wo deine IP verschleiert, wo auch deine Herkunft verschleiert. Du kannst dort Tor-Browser brauchen, das ist vielleicht ein paar anderen Begriff. Das ist so ursprünglich so ein quasi in Anführungszeichen Dark-Web-Browser, wo über so verschiedene Nodes, wo User-Stellen halt dann wirklich seine Spuren verschleiert. Du kannst auf jeden Fall immer Suchmaschinen DuckDuckGo verwenden, statt Google oder was es sonst noch so gibt. Ich weiss, gibt es überhaupt noch etwas anderes ausser Google, Alter, weiss doch keine Ahnung. Ich komme sie an. Die haben noch Bäume pflanzen, wenn das stimmt. Ich habe von Kagi seit schon ein paar Monaten und bin recht zufrieden. Also hast du null Einschränkungen so gefühlt gefühlt. Im Fall nur eine, wirklich nur eine, das ist bei der Bildersuche, habe ich das Gefühl, es zeigt mir nicht gleich viele Bilder an, wie wenn ich es bei Google suche. Und was mir natürlich für unsere Arbeit fehlt, also es hat es, aber es funktioniert aus jedem Grund nicht, ist die umgekehrte Bildersuche. Wenn ich ein Bild habe und ich möchte mehr von diesen Bildern, rechtsklicken, die Funktion gibt es, aber sie funktioniert nicht und ich finde nicht raus, wieso nicht. Das ist das Einzige. Aber so ist der einfachere Resultat im Selbstfrieden. Ja, eben solche Sachen. Oder halt auch, wenn es nervig ist, David hat ja letztens etwas zu den Cookie-Banner geschrieben, die nerven. Und ich erwünsche mich da auch selber dabei, ich will das eigentlich nicht, aber wer nimmt sich dann schon Zeit, jedes Mal bei den Einstellungen die 14 Schalterchen umzulegen und denkt, ja komm, okay, look, whatever, es ist mir egal, du stimmst einfach zu und fertig. Nimm meine Seele, nimm meine Organe, I don't care. Ja, wirklich, so definitiv. Und etwas, was natürlich auch ungemein hilft, einfach datensparsam zu sein, komplett auf Social Media zu verzichten. Ja, oder wenn ich mit oder ohne Account spielt nicht einmal eine Rolle, weil Facebook oder TikTok die haben trotzdem auch wenn du keinen Account hast und dich nicht einloggst, wenn du dort auf die Seite gehst oder dir TikTok-Videos anslückst, dann kriege ich die Infos. Ja, aber das ist immerhin schon mal ein bisschen etwas, was man machen kann, wenn man jetzt Wert auf Flattenzeit hat, komm schon mit der VPN-Browser. Du musst einfach zwei Sachen wissen, sowohl VPN als auch der Tor-Browser, es nimmt natürlich viel Komfort. Es ist langsam, es ist wirklich, es macht deine Internetleitung deutlich langsamer, beziehungsweise deine Server-Lebnis. Ja, dadurch sind wir schon mega verwöhnt, wenn du denkst. Absolut, das ist einfach viel, es ist wie bei den Messenger, wenn du jetzt zum Beispiel Treema verwendest, ich verwende Treema mit ein paar Leuten, ich finde Treema ein super Messenger, aber schon zum Beispiel, dass du Treema im Web verwenden kannst, das ist so eine Pain, du jedes Mal den QR-Code einscannst, dann schreibst irgendetwas und dann willst du unterschreiben und dann gibt es aber ein Session-Timeout, dann musst du die Neue einloggen und so, das sind alles so Sicherheitsaspekte und da ist zum Beispiel jetzt halt WhatsApp, es ist einfach viel beklemer, aber eben that's the price. Ah, unsicherer, genau. Aber jetzt da geht es spezifisch eben darum, was der Browser noch an Daten sammelt und dass man das nicht gecheckt hat mit der Incomit-Beschreibung bisher. Aber das heisst eigentlich, ich gebe meine Daten dann einfach dem Browser-Betreiber weiter, also wenn ich jetzt einen anderen Browser brauche, wenn ich jetzt Safari brauche auf Apple zum Beispiel, dann hat einfach Apple meine Daten und nicht Google. Ja, also es kommt natürlich darauf an, es haben natürlich auch unter anderem und es haben auch andere Firmen oder andere Werbepartner deine Daten, also auf jeder Website, also auf fast jeder Website hast du ja auch Tracker. Ja, ja. Also da reden wir dann nicht mehr vom Browser, aber weisst du da gibt es Tracker, wo zum Beispiel, ich erinnere mich auch an einen früheren Arbeitgeber von mir und auch I guess meinen jetzigen Arbeitgeber, da weiss ich es nicht for sure, aber ich bin ziemlich sicher, die tracken natürlich schon auch innerhalb von der Website, wo klickst du drauf, wie lange bleibst du dort, was interessiert dich und so und das wird natürlich dann auch berücksichtigt in dem, was es dir anzeigt. Das ist klar, aber eben so zentralisiert quasi alle Domains, die du aufrufst und so weiter, das gibst du, eben wenn du eingelogt bist, ist klar, dann kann es Google sowieso tracken, wenn du etwas suchst und sonst gibst einfach deinen Browser, Anbieter, ja, also du musst einfach damit rechnen, dass das sicher die Zugriffen auf das, oder? Okay. Ja, eben, das ist eben schon so, ich merke es immer bei Sachen, wenn ich eben versuche, wieder mal einen neuen E-Mail-Client und so, es ist bei allem, wo, alles, was mit Komfort verbunden ist, ist einfach mit irgendwie wie Daten, zahlst du mit Daten und bei Google ist es ja das ganze Geschäftsmodell, darum ist ja dort alles gratis. Und es ist, das muss man schon sagen, es ist gute Software, gell? Es ist die Software An- und Fürsicht, die funktioniert und die ist handy und speedy und, und, ja. Und nur schnell, weil du gesagt hast, das ist E-Mail-Client, weil, das ist natürlich schon, also ganz generell muss man sich ja klar sein darüber, dass E-Mail ist ja kein, das ist ja nicht Peer-to-Peer. Oder, dass, wenn du jetzt zum Beispiel bei, keine Ahnung, bei der Swisscom Kunden bist und du hast eine Blue-Win-Adresse und ich mache das nur als Beispiel, nicht zum jetzt Swisscom-Schreiben, wenn dir jemand eine E-Mail schickt, dann ist das basically zuerst mal auf deinem Server und wenn du nachher einen Outlook verwendest, dann grab das Outlook vom Swisscom-Server, oder? Genau, aber da gibt es schon Unterschiede und da bin ich jetzt aber auch kein Experte, aber Outlook habe ich jetzt doch gerade gelesen, die machen jetzt erst neuerdings, wird jetzt glaube ich alles über ihre Server sozusagen gewaschen, also gewaschen, eben nicht gewaschen, aber es läuft alles über ihre Server und das ist offenbar vorher nicht so gewesen, wenn du Konten gehabt hast und sie mit Outlook verwaltet hast. Und von anderen Anbietern meinst du jetzt? von anderen Anbietern dein E-Mail-Konto mit Outlook gebraucht hast und jetzt machen sie es eben so, wie es ja Google glaube ich schon seit Ewigkeiten macht, dort, du gibst ja glaube ich auch ein Einverständnis dort, also ich vermute ich eh, dort wo es niemand liest, aber die tun ja alle deine E-Mails lesen und dadurch ist natürlich alle die praktischen Funktionen, dass sie bei jedem Mail wissen, was es ist. Aber ich muss im Fall sagen, seitdem habe ich auch viel mehr Probleme, also es stürzt mir das E-Mail-Programm regelmässig ab oder es synchronisiert irgendwie nicht schön. Wo jetzt? Beim Outlook, wenn jetzt quasi diese E-Mail über den Server läuft. Okay, das weiss ich jetzt nicht. Ich bin jetzt einfach wieder auf das gekommen, weil ich habe, übrigens, falls jemand zulässt einen guten E-Mail-Klein kennt, bin ich immer offen zu probieren. Ich habe den EM-Client auf dem Desktop, der ist ein bisschen Privacy-orientiert, was ich noch easy finde, die gibt auch andere. Die löschen dann auch die ganzen Tracking-Sachen in den E-Mails, was mir früher auch nie bewusst war, aber im Fall all die verdammten E-Mails sind alle auch Tracker drin, v.a. auf den Bilder und so. Und die löscht dann einfach alle raus und du kannst sagen, wie viel ich sie rausnehmen soll. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann aber auf dem Android steht die App so langsam von denen. Und dann findet man meine archivierten Mail-Sammelungen wieder nicht. Den habe ich mal ausprobiert. Spark bin ich dann gestossen. Gibt es überall. Supergeil. Wirklich auch wieder das Einer, der alles mega praktisch ordnet. Das ist wirklich noch geil. Der erkennt halt immer gerade das Newsletter. Die gehören zusammen. Das sortiert es so schön. Und dann habe ich auch überlegt, aber wieso kann der das die anderen nicht? Und es ist auch so einer, der liest all deine E-Mails. Also das ist einfach Privacy-mässig ist das nicht geil. Und dann muss ich ihnen eben auch sagen, dann habe ich einfach bei Google ein bisschen mehr Vertrauen, dass es denen wenigstens nicht gestohlen wird. Sie verkaufen sie. Ich weiß es noch viel besser, als sie verkaufen. Ja, also ich kann es vergleichen. Verkaufen habe ich. Nein, ich weiss es auch nicht. Aber ich kann es gleich. Da vertraue ich denen doch ein bisschen mehr. Aber ich bin auch schon lange nicht bei Gmail. Außer die Adresse, die ich für das Android brauche. Aber ja, darum habe ich jetzt das K9-Mail mal wieder installiert. Das gibt es ja auch schon jeweils. Neu heisst es dann Thunderbird. Die haben es kurz geschaut. Ja gut, eben, es ist alle Hoffnung verloren. und aber nein. Ich finde eben am liebsten schon auch, man sollte nicht einfach sozusagen die Hände verrühren. Das ist ja bei mir auch so. Ich brauche immer noch kein WhatsApp, weil ich einfach, ich habe es halt meistens einfach bei uns funktioniert. Es ist nicht, ich komme auch sonst durch. Aber es ist auch manchmal mühsam. Es ist mühsam. Und man darf natürlich auch nicht, also ich will jetzt natürlich auch nicht ein neues Fass aufzutun, weil das würde viel zu weit führen. Man darf ja nicht die Kabelaufklärung vergessen, gell, in der Schweiz. Was für eine Kabelaufklärung? Also, es geht ja, es geht ja, in der Schweiz ist es ja schon eher lasst geregelt, was jetzt zum Beispiel der Staat darf. Desbezüglich. Einfach, das ist es noch komplett, also, dann empfehlen wir uns jetzt komplett vom Browser. Was auch noch darf und Daten sammeln, meinst du? Ja. Aha, ja, ja. Ja, nein, natürlich. Aber darum finde ich, ich finde, ich bin wirklich der Meinung und das finde ich, sollte sich halt zu Herzen nehmen. Es sollte dann nicht, wenn man das Gefühl hat, es ist hoffnungslos, machen wir einfach nichts. Ich finde, man sollte schon diesen Leuten auch ein bisschen schwer machen. Weil wenn das alle machen würden, dann wäre es auch schwerer. Aber wenn einfach alle finden, oh ja, easy, ist mir scheissegal, kann ich Leute zu bergen. Ja, und dass ich dem ein bisschen bewusst sein finde, hilft auch schon, wenn du alles so, hey, das, was ich jetzt mache, die wissen da, ja, vielleicht handelst du auch ein bisschen anders im Internet. Ja. habe ich das Gefühl. Genau. Aber gut. Komm, dann gehen wir, ja, von, ich sage jetzt mal, von einer Blog auf die nächste sozusagen weiter. Weil neben Datensammlerei ist AI oder KI, wo alles abnimmt und Jobs zunichten macht und uns arbeitslos macht. Also die nächste grosse Gefahr. Genau. Also wenn ich die Jiggles höre, dann glaube ich noch nicht, dass sie so arbeitslos machen. Genau, die super cringe Jhingles, wo offenbar ja gleich ein Ballet-Grooves haben. Aber das ist nochmal der Gleiche. Ja, nochmal der Gleiche. Genau. Ich lasse Mischa zuerst erklären, weil sie da eben das ein bisschen ausprobiert hat, um mit AI, mit KI Musik zu machen. Und eben, genau, wie bist du auf die gekommen? Auf die KI? Und auf die Software? Also auf die Software bin ich gekommen, weil Suno gerade einen Update drausen gegeben hat und da hast du natürlich so ein bisschen in meiner Bubble dann gehört, so, hey, Suno, KI-Programm für Musik. Läuft jetzt noch besser? Und dann habe ich müssen herausfinden, was heisst das und was für Output generiert denn die KI? Du hast es ein bisschen angetönt, damit es auch negative Seiten hat. Ich komme mega gerne auf das nachher noch zurück. Zuerst einmal eben der Jingle, den ihr im Intro gehört habt. Der ist dort entstanden. Ich möchte auch noch so ein bisschen zeigen, was sie sonst noch alles drauf hat oder eben nicht drauf hat. Und ich möchte am Schluss noch ein bisschen darauf eingehen, was die ganzen Musikschaffenden von dem halten, weil das hat sich jetzt auch mega zugespitzt, gleich wie beim Thema Bilder-KI, ist immer ein ähnliches Thema und auch immer noch sehr wichtig zum Diskutieren. Genau, Suno, also weisst du genau, es ist eine Software, die du online kannst benutzen, um Songs zu generieren. Einmal, dann kannst du dich per Discord, Google, Microsoft und dann kannst du einen Song selber kreieren und zwar grob auf zwei Arten. Entweder du bestimmst die Lyrics, den Musikstil und den Titel vom Song selber oder du kannst einfach eine generelle Beschreibung angeben zum Stil oder zu den Lyrics auch. Also du kannst sagen, es soll in den Lyrics ein bisschen um Liebe, um Regenböger und Einhörner gehen, also whatever und es kreiert dir dann einen Song dazu, so wie du dir quasi gewünschst. Ist die von OpenAI? Nein, die ist eben nicht von OpenAI, aber ich weiss im Fall nicht genau, ich habe sonst nichts herausgefunden, es ist auch Suno. So stelle ich mir das Musikmachen von Popkünstlern vor. Die meisten machen die Musik nicht selber. Die geben damals einfach so, hey, ich habe das nächste Lied ein bisschen um Liebe und so ein bisschen Abbiegen und ein bisschen Bidum, Bidum, ist das gut, danke. Bitte machen wir das Lied. Und ein bisschen kaputte Kindheit noch dreubringen für den Personal Touch. Vielleicht habe ich noch eine Anekdote und eine authentische Schübe. Sonst kannst du sie auch erfinden. Ich muss sagen, also bei den sehr generischen Pop-Songs, die teilweise im Radio laufen, habe ich das Gefühl, der läuft nicht anders. Hey, mit vielem. Auch was heute so, jetzt kann man sich Diskussionen anstossen, aber ich finde auch der heutige Hip-Hop, oh, schau dir alte Mama, das Trap-Zeug, wo selbst grosse Stars wie irgendwie der Drake oder so, das finde ich so wahnsinnig generisch. und das klingt alles genau gleich. Das finde ich grau. Hey, ich weiss im Falle heute gar nicht. Hip-Hop ist jetzt nicht mehr so mein Genre. Früher habe ich es einmal ein bisschen lang gelassen, aber in dem Fall ist es dort auch nicht anders. Ich habe jetzt immer Pop-Songs in die Kategorie geschmissen, wo alles gleich klingt. Die kann man auch gut bashen. Ja, oder? Und sie sind halt auch, oder man versucht, das, was funktioniert, ein bisschen beibehalten. Das ist doch einmal ein bisschen so. Genau, also wie ist es zu diesem Jingle gekommen? Ich habe natürlich gefunden, wenn du so viele Möglichkeiten hast, möchte ich mich ein bisschen einschränken und mich auf ein Projekt fokussieren und einmal schauen, was die KI dann machen kann, wenn ich ein spezielles Ziel habe. Und da ist ein von den Songs, der dabei herausgekommen ist. Ich habe gefunden, ich mache es ein bisschen als Game für euch. Jetzt in dem Song habe ich eingeben, dass der Song selber so ein bisschen Hard Rock von den 80ern sein soll. Um auf den anderen mal eingehen, du darfst eingeben, welchen Genres du gerne möchtest als Output haben. Du darfst, und das finde ich mega cool, nicht eingeben, hey, es soll tönen wie Rolling Stones, wie die Beatles oder so. Also du darfst nicht explizit die Bands oder Künstler nehmen, die es schon gibt. Also es wird einfach nicht picked von der AI, oder? Es wird einfach ignoriert, wenn das etwas macht. Genau, es warnt dich auch, ich habe irgendwie einen Nerd eingeben, offenbar gibt es eine Band, die Nerd heisst, und da haben es schon gesagt, hey, nein, das darfst du nicht machen, das ist ein Künstlernamen, und ich so, okay, sorry, no front, und darum musst du es recht verallgemeinern und dementsprechend kommen auch sehr allgemeine Sachen raus und ich habe ungefähr 120 verschiedene Varianten versucht, um drei vier finden, die ich nicht übertrieben cringe finde. Oh shit, die drei sind am wenigsten schlimmer. Ja, jetzt wissen wie schwierig das ist, um hochwertigen Content zu generieren, es ist schon eine Challenge. Du hättest noch die Geschisseniger bringen, ich finde, da kehrt es mich hinten dran, der Luca ist nicht dabei, aber er hat ihn wirklich super gefunden, habe ich das Gefühl. Ja, also einen hat er sehr gefühlt, den fand ich auch sehr schlimm und ich dachte, ich nehme ihn nicht, das ist so ein Schingel, der war gerade auch so richtig Pop, aber mehr so Werbe aus den 2000er von Super RTL, wenn irgendwelche Games vorgestellt werden, oder so, es ist wirklich so die Richtung geil. Genau, und jetzt möchte ich euch zwei Jingles vorstellen, die ich auch noch geschrieben habe und ich möchte also so ein bisschen versuchen, rauszuhören, was ich echt für eine Genre eingegeben habe. Oh mein Gott. Und vielleicht auch gleich noch so einen Eindruck. Ja, viel darfst du den Podcast abspielen. 2.0 und ich weiss nicht, ob du beide abspielst oder ziehst einen. Ich spiele dir mal das zweite, aber das dauert ja zwei Minuten, wir hören einfach mal ein bisschen rein. Ja, genau. Sexto Metal, der Podcast von Digitec. Sexto Metal, der Podcast von Digitec. Eigentlich ist es ein Kratzer. ich kann es nicht. Oh mein Gott. Aber ich meine, ganz ehrlich, der Sound, also, die Lyrics und wie es gesungen ist, ja, Le Bonheur, aber der Sound ist halt wirklich so, das hätte jetzt so eine Bridge von Blink-182 können sein, gell? Ja, es ist Blink-182. Oder so Goldfinger und so. Ich finde, das ist schon so. Ich finde, auch die Musik, ich glaube, da habe ich jetzt auch den Eindruck gehabt, dass das am einfachsten zu reproduzieren ist. Ja, nicht einmal unbedingt am einfachsten, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass es je nach Genre geht es in eine gewisse Richtung. Und dann sammelt, ich meine, die KI funktioniert ja so, dass sie irgendwoher Daten muss haben. Und das ist halt von Künstlern, die es schon gibt. Zu dem komme ich eben dann nachher noch. Das ist natürlich sehr grenzwertig, wenn du da Sachen zusammelst, ohne Fragen vor allem von anderen Leuten und dann etwas Neues ausgenerierst. Hey, aber, ja. Ich habe nur kurz dort zum Einhängen, das ist irgendwie, eben, das ist, man muss natürlich darüber dich kodieren, was ist rechtlich, okay, aber es ist halt schon krass, dass die, ich meine, das Pop-Punk, der Hure-Gösel, tönt auch alles genau gleich. Ich meine, Blink, und ich meine, Linkin Park, kannst du alles den gleichen Topf hinwerfen. Das ist gut, dann können wir es rechnen. Du verleidigst doch an meine Lieblingsmusik. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt so ein mega, es gibt ein mega gutes Interview von ACDC, weil die tönen ja auch immer alle gleichig. Und der Mercom, der ist der Rhythmusgitarrist, der hat mich mal interviewt und hat gesagt, ja, hey, Leute, jetzt haben da neun Alben rausgekommen, die alle gleich tönen. Und dann unterbricht und sagt, hey, sorry, nein, nein, es sind zehn Alben, die alle gleich tönen. Aber es funktioniert. Nein, also Phil, da muss ich jetzt, da muss ich also schon intervenieren. Also Linkin Park und Blink-182 ist wirklich fundamental etwas anderes. Es ist beides grottig. Das ist die private Meinung. Ah, so ist der Jingle eigentlich auch genau wie Blink-182. Aber es ist so stilistisch, das ist, du kannst sagen, Blink-182 und Melancholien und Alien Ant Farm tönen alles gleich, aber Melancholien ist gut. Die sind gut. Die ist super. Aber die gehen doch auch in die Richtung hin. Die haben die Musikentwicklung durchgemacht, aber Linkin Park hat einfach immer gleich gedeutet. Anders, das ist nicht anspruchsvoller als Blink. Das war jetzt noch in Musik, in Musik, in Musik, in Musik, Diskussionen abdriftet. Ich werde eigentlich die Frage beantworten, die mich gestellt hat, die Gebiete. Du hast ja gesagt, was hast du eingegeben als Prompt wahrscheinlich. Genau, und jetzt sind schon mal die richtige Richtung. Ja, genau. Es müsste so ein 90er Punk-Rock irgendetwas in die Richtung sein, oder? Fun, fun, State, Punk. Also, ich habe eh immer Punk-Rock aus den 2000ern, in der Hoffnung, dass so ein bisschen was My Chemical Romance rauskommt. Rauskommt, ein Abklatsch von Blink-182 und ich würde jetzt sagen Green Day oder so. Also, eben so, ein bisschen die Richtung, von der Arsch rausgefunden. Ja, voll. Also, man kann ein bisschen nachvollziehen, wann ich eingehen habe. Das Lustige ist, dass es nicht immer funktioniert. Also, ich habe versucht, mal mega umfangreich, einfach so Musik aus den 1920ern, dann kriegst du von Oper bis, weiss ich nicht, komischen Sound im Country-Bereich, kriegst du etwa alles. Ja, ja, genau. Das ist der Schlager. Aber kannst du dann auch komplexe, weil eben genau, das ist jetzt einfach auch einfache Musik, verhältnismässig, oder? Ja. Aber komplexere Musik, bringt mir das dann auch irgendwie... Kannst du das auch reproduzieren? Ja, also, ich habe auch versucht, ein Mädchen über unseren Podcast zu machen und dann habe ich einfach alle unsere Namen eingegeben und so ein bisschen unsere Stärken, was wir so hören und was wir so im Podcast einbringen und eben, dass wir einen Podcast sind, wo wir miteinander einmal in der Woche ein bisschen diskutieren über Tech und News und dann hat es mir einen Text generiert und es hat mir einen Song dazu generiert. Ich habe natürlich auch wieder so gesagt, ja, ich gehe ein bisschen mehr in die Rock-Richtung, weil es ist mega schnell, es ist auch so Pop und Schlager und mega langweilig. Du musst immer ein bisschen in die Richtung lenken und es ist sehr viel, es waren auch immer Frauenstimmen, was mich irgendwie ein bisschen gestört hat, weil wir sind ja doch hauptsächlich Jungs in diesem Podcast und es geht auch. Also es generiert dann meistens so einen eineinhalb-Minuten-Song, dann musst du irgendwie so ein bisschen, du kannst auch sagen, hey, mach von dem Song noch ein bisschen mehr, also dann setz dir da noch ein bisschen an oder du kannst die Lyrics ein bisschen ändern, also du kannst immer noch im Nachhinein auch noch ein bisschen eingreifen und da weiterführen, so wie du es dir forschst. Aber hättest du auch auch noch sagen, weil jetzt für uns das Jingle sind so lange eigentlich unnötig, hättest du auch noch sagen, du möchtest einen Jingle, also weisst du, wo einfach 15 Sekunden oder so geht? Ja, da habe ich wirklich probiert, ja auch immer Short Jingle und kurze Text und so und es hat mir gleich mega oft so zwei Minuten Sachen rausgehauen, ich habe es glaube zweimal geschafft, also 15 Sekunden gegangen ist. Aber tut es nicht einfach loopen? Nein, es kommt dann aber, so wie bei dem Rocksong, wie du vorher gehört hast, dann hat es so ein bisschen einen Aufbau und wieder redet, also Songs haben ja auch immer irgendwie so ein bisschen einen Aufbau und in die Richtung geht es eben auch und beim Jingle die Einzigen, die 15 Sekunden gegangen ist oder die Einzigen zwei sind dann so ein bisschen wirklich, es hat eine kurze Melodie, dann kommt Tektor Mechtel, der Podcast von Digitec und dann so ein Fadeout. So wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte, weil es hat etwa 30 Versuche gebraucht. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Es sind wirklich wie so eine Ami-Band, wie Goldfinger auch, die sind ja eigentlich Amis, glaube ich. Highschool-Mäßig. Die haben doch auch da das, wie heisst, 99 Luftballons dann auf Deutsch mal gesungen und etwa so 14. Das war schon herzig, weil sie so den Akzent drin haben. Aber so hat es, das hat mich sehr stark daran erinnert. Genau. Ja, voll. Hast du noch mehr? Also, wo noch Ja, also ich hätte jetzt noch einmal einen dritten. Also, komm, wir los. Und noch im dritten. Oh nein. Country. Da habe ich schon Missouri-Taktor-Feelings. Ei, ei, ei. Absolut. Ja, da musst du gerade deine Schwester heiraten. oder so. Also, es ist für sehr zeitgenössig, weil Beyoncé ja das Country-Alpes gegeben hat. Ah, wirklich. Ah, ja, voll. Und back to the roots von Taylor Swift, die sie ein bisschen Country gemacht hat. Stimmt, ei, ei, ei. Ja, genau. Also, wie Sie sehen, das ist schon ein bisschen amüsant. Aber es regt mega zu Diskussionen an, jetzt eben nicht nur im Bereich, hey, was ist gut, was ist schlecht, sondern die Musikschaffenden machen sich wirklich ein bisschen Gedanken. Vor allem eben halt zu den negativen Seiten. Und ich habe jetzt gesehen, vor zwei Tagen ist es gewesen, haben sie einen offenen Brief gemacht. Also, nicht alle Musikschaffenden, sondern es sind etwa 200, die den unterschrieben haben. Der ist in die sozialen Medien gekommen und kommt ursprünglich von den Artists' Right Allegiance. Das ist so eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Musikschaffenden einsetzt, dass genau im digitalen Bereich fair entlöhnt werden. Und genau das ist so ein Punkt, wo sich die Musikschaffenden jetzt ein bisschen Gedanken machen und sich äussern, hören, da gehören Musiker dazu wie Billie Eilish, Katy Perry habe ich herausgesehen, John Bon Jovi oder auch Imagine Dragons, Ram. Die nagen natürlich auch Bummertuch wahrscheinlich. Genau, aber die betrifft es halt brutal. Nein, also man muss sagen, die haben halt Namen und die können auch etwas bewirken. Ich finde immer, es ist gut, wenn sich auch so Leute zu Wort melden, die jetzt nicht gehen am nächsten Tag. Aber ja, also ein Grundproblem ist vor allem, dass die KI so ein bisschen die Eigenkunst eben entwertet. Also ich habe jetzt eben so einen Song irgendwie in zwei Minuten kreiert. Also ich schreibe den Text, ich schreibe den Text, und innerhalb von ungefähr ein bis zwei Minuten habe ich so einen Song, den es mir ausspuckt. Und genau, sie gehen so ein bisschen auf das vor allem ein und fordern so im Grundsatz, dass die Musikplattformen und Techfirmen, die so etwas zur Verfügung stellen, sich ein bisschen dazu verpflichten, diese Technologie irgendwie nicht so einsetzen und zu entwickeln, dass das künstlerische Schafe irgendwie untergraben wird oder dass das irgendwie Kunstschaffende überflüssig macht. Ich persönlich glaube, für das bräuchte es sehr viel, eben gerade wenn wir sagen, Openair-Konzerte und so Sachen, also du kannst ja nicht ersetzen, ein Musikschaffende, aber eben du kannst genauso ein bisschen den Wert, den finanziellen Wert von Künstlern, kannst du irgendwie mega untergraben, so wie dann, dass du sagst, hey, schau dir, ein Programm, jeder Doppel kann es quasi machen und einen Song kreieren und das kostet dich fast nichts. Also wenn du jetzt das kommerziell benutzt, ich habe das jetzt extra gelöst, damit wir das im Podcast übrigens abspielen, das darfst du nicht einfach so, das kostet dich brutal viel, acht Franken im Monat. Wow. Das ist echt nichts. Weißt du, vor allem, ich kann mir das eben auch vorstellen, Musik hängt ja sicher auch zu einem, also der Erfolg, zu einer grossen Teil mit den Personen zusammen, aber es ist schon so, dass sicher viele, also ich sehe es bei mir, bei Musik kenne ich immer alles, also ich höre auch viele neue Sachen. Ich kann mir schon vorstellen, dass mit so Sachen, dann flutest du einfach Spotify und all das Zeugs mit deiner AI-Musik und klar, die wird dann nicht irgendwie 125 Millionen mal gelöst, aber überall kommst du wieder ein bisschen Geld rüber und das macht definitiv allen so kleineren Künstlern das Leben schwer, da bin ich überzeugt. Ja, vor allem die inneren Künstler, das drückt ja brutal den Preis dann. Ja, Flo? Ja, vor allem, also gerade bei uns hängt schon die offenen Türen ein, gell? Das Problem bedroht uns ja auch, jetzt nicht musikalisch, aber Writing Skills. Ja, genau, und ich finde, es fehlt auch immer so ein bisschen Person dahinter, oder eben, wenn man sagt Billy Eilish, das ist ein Name, wo uns etwas sagt, wo wir irgendwie uns jemanden vorstellen und ich finde, da hat auch immer irgendwie eine Geschichte dahinter, eine Person repräsentiert irgendwie etwas und dann macht sie in der Musik auch und so KI-generierte Sachen haben die das alles nicht. Also ich persönlich kann übrigens auch mir mit Tech-Musik und so Synthesizer Sound in dem Bereich. Aber genau darum finde ich es einfach wichtig, ich meine, über Geschmäck kann man streiten, aber genau darum finde ich es wichtig, dass man so ein bisschen probiert, individuell zu bleiben, oder? Weil die Tendenz, jetzt mal die Jenseits von der AI in den letzten paar Jahren ist ja gesehen, optimierten Sound schon, also human-made, ohne AI oder mit weniger AI, aber wenn du schaust, was so in den Charts ist, das ist alles das Streaming optimierte Lieder, das sind alle 2 Minuten 48 Stock, der Sweetspot hat man mal irgendwann herausgefunden, das ist nichts mehr länger als 3 Minuten und die Aufbauen sind immer gleich und das ist komplett austauschbar, oder? Und es ist so, klar, unsere Eltern haben sich schon über den Sound aufgeregt, den wir gelöst haben, weil bei uns natürlich schon elektronische Elemente drin hatten, aber das ist so... Das ist einfach neben mir jetzt, ja genau. Aber die, die richtig Erfolg haben, sind ja dann gleich, wie Michel sagt, sind ja dann schon die, die eben mehr an die Person, die Geschichte und so weiter dahinter noch verkaufen, sage ich jetzt mal, das stimmt das nicht. Also vielleicht kommt es auch aufs Genre an, oder? Es kommt schwer aufs Genre an, aber ich denke, noch bereichend so. Ja, nein, aber schau, ja, nicht nur, schau zum Beispiel gerade zum Beispiel den Drake an. Der Drake ist wahrscheinlich zusammen mit Taylor Swift und vielleicht der Billie Eilish und so, der gehört sicher zu den fünf erfolgreichsten Musikern auf der Welt im Moment. Und wenn ich dem, sein aktuelles Album durch losse, also ich kenne jetzt nicht jedes Lied, aber ich habe das Gefühl, okay, das ist einfach ein Track, der geht irgendwie halt 70 Minuten und dann merkst du, hey, nein, das sind im Fall 20 Lieder und die Unterscheidungen sind minimal. Und man redet ja, der macht ja nicht Elektrosound, wo halt, oder irgendwie, weißt du, so Part-Teil, und dann hast du einen Drop und dann geht es ein paar Orte tiefer, geht es weiter. Aber eben die, ich glaube, die sind ja nicht einmal, ich glaube, um die wird es wirklich auch nie gehen, weil einfach die Sensationen, die grossen, die hast du immer. Das sind Persönlichkeiten, das sind Bands und wie Michelle sagt, die treten auch Open Airs auf, obwohl Gorillas, die treten ja auch auf und die siehst du nicht, oder? Ja, aber auch da ist doch irgendwie eine Person dahinter, die den Laufen lassen und muss um eine Bühne schauen, muss man, auch ein DJ, oder? Ich meine, der generiert ja auch Zeug, die es zum Beispiel schon gibt, teilweise, und macht etwas Neues draus und der muss auch repräsentieren auf einer Bühne und muss schauen, wie ist der Mut vom Publikum. Also ich finde, es funktioniert eigentlich nie ohne eine Person, mindestens eine Person dahinter. Das glaube ich im Fall nicht. Nein, sicher nicht. Ich glaube, das ist für einen grossen Teil so. Genau wie so Konzerte und so, dort glaube ich, kann man das vermutlich nicht ersetzen, aber ich glaube, es gibt genug. Die meisten Leute hören ja, die gehen ja nicht an Konzerte. Die Mehrheit der Leute wird ja einfach die meiste Musik konsumieren über ihre Apps und so. Das ist Konsum gut für viele. Ich meine, aber selbst du, Michel, du gehst ja viel an Konzerte, aber die Mehrheit von der Musik hörst du ja trotzdem auch sonst. Du gehst irgendwie 2% von deiner Zeit an Konzerte. Ich weiss doch auch nicht. Ich gehöre auch zu den Leuten, die hauptsächlich Musik aus den 80 gelassen und Schallplatten und CDs daheim hat und eigentlich kein Spotify hat und so. Also von dem her. Eben genau, dann gehörst du zu einer absoluten Minderheit. Ja, ich glaube, ich sage, wahrscheinlich ist das so ein bisschen die Ausnahme. Man muss sich da auch mehr anschauen. Und da, glaube ich auch, da ist die Gefahr sowieso da. Wie kann man es verhindern? Ja, ich verstehe darum, Musikschaffende, die sagen, komm, wir müssen da mal etwas sagen und vor allem die, die es anbieten, die ganzen Tech-Plattformen, die Software, dass man es so ein bisschen reduziert oder irgendwie regelt. Also ich finde, Sona habe ich jetzt ein bisschen sympathisch gefunden, weil sie sagen, hey, sie dürfen nicht irgendwelche Musikkünstler als Beispiel nehmen, damit sie einen neuen Song kreieren können. Weil das nimmt ja auch ein bisschen die Identität von diesen Künstlern weg. Also wenn du sagst, das ist Dirty Rolling Stones, ist ja nicht, dass das Rolling Stones was dafür kann oder irgendwie, ja. Aber das nützt doch nichts. Also ich habe das Gefühl, du hättest jetzt mit ein paar Suchbegriffe dann einfach umschrieben. Also du hättest dann abtöne wie ein 70er, 60er, 70er, Bands, wo irgendwie, und dann suchst du halt noch ein paar spezifische Sachen von den Stones raus. Typ ähnlich. Ja, irgendwie. Ja, das ist halt wegen dem Grundproblem, dass die Kriwucht, die Daten, und die sind halt von Sachen, die es schon gibt. Ich meine, man erfindet es ja dann nicht neu, man mischt es einfach aus Sachen, die es schon gibt. Und ich glaube eben, das ist auch das, wo Kunstschaffende finden, so hey, wir haben im Fall unser Zeug genommen und einfach etwas Neues damit gemacht, ohne dass wir dem zugestimmt haben. Vielleicht kann man auch, weisst du, dort ein bisschen Kurven nehmen, wie auch, da haben wir bei den Bildern schon gehabt, hey, die haben von Künstlern, die das gemalt haben, haben sie das einfach genommen und etwas Neues daraus gemacht. Und die hatten nichts davon, außer die Arbeit. Das ist ja genau, ich glaube, das ist die Grundsatz Diskussion von AI. Ob es jetzt Text, Bild, Video, alles ist, es passiert, es baut auf auf bestehendem Wissen und vor allem in einer Geschwindigkeit, wo du halt gar nicht, eben, du kannst gar nicht nachkommen mit Regulatoren. Ich glaube eben, das wird nicht zu verhindern sein. Ich habe das Gefühl, es wird, vermutlich gibt es jetzt schon diverse Künstler auf diesen Plattformen, wo alles AI-Musik ist, biebezügt. Also da gibt es bei den Bildkünstlern auch ein Insta-Profil, wo einer dahinter ist, der einfach nur keine generierte Bilder postet und mega Erfolg damit hat. Kannst du dir auch argumentieren, dass es im Prinzip ist einfach ein Tool und das machen die Menschen halt eh schon lange. Dass es sich beeinflussen lassen wird von anderen Sachen. Bis jetzt hast du es halt einfach selber müssen, zu produzieren. Gerade bei Musik zum Beispiel, musst du auch zu singen oder spielen oder whatever. Und jetzt macht das halt einfach vielleicht die AI für dich. Aber ich glaube, eine Grundaufgabe, die sie da halt nicht abnimmt, ist zu beurteilen, okay, was ist jetzt gut. Also wie das Gefühl, das ist halt am Schluss einfach ein Werkzeug und bei den Bildern genau gleich. Oder jeder kann Photoshop-Arten abnehmen oder irgendwie ein Zeug generieren, das ist alles schön und gut. Aber nachher sagen, okay, aber das ist jetzt wirklich gut oder darum, muss man etwas ändern. Für das braucht es dann glaube ich gleich noch einen Mensch. Aber da sprichst du im Fall einen mega wichtigen Punkt an, finde ich. Es braucht einen Menschen, also nicht nur es braucht einen Menschen dahinter und es ist ein Werkzeug, das man benutzen kann. Da ist das Positive dran. Man hat etwas Neues, um Musik zu generieren, da geht es in eine andere Richtung. Aber vor allem der Mensch, ich finde jetzt persönlich, ich mache auch Kunst, ich mache Musik, bildnerische Kunst und ich finde einfach, es ist ja eigentlich das Schöne genau, um das zu machen, um selber ein Instrument zu lernen, um ein Pinsel in die Hand nehmen und irgendwie geht das völlig verloren, wenn man irgendwie da einfach alles am Computer macht und ich frage mich, also ich habe jetzt wirklich irgendwie zwei Stunden an diesem Zeug rum gebastelt, damit ich irgendwie ein bisschen einen Jingle habe und ich muss sagen, es hat mir viel, viel weniger Spass gemacht, als wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme oder wenn ich etwas singe. Aber ich glaube, das ist dann so eine, vermute ich, die falsche Diskussion, weil ich meine, alle, die elektronischen Künstler sind, es ist mir ja, würde ich sagen, mehrere von den Leuten zweifeln nicht an, dass die Musik machen und ich meine, die meiste heutige Musik hat sowieso elektronische Elemente und sie ist am Computer gemacht und wenn ich jetzt da auf so einem Sample oder so Musik mache, würde niemand vermutlich kommen und sagen, ja, aber du hast ja gar nichts selber gemacht, aber es ist halt, das andere ist einfach nochmal einen Schritt einfacher, statt dass ich jetzt da die Tracks und all das Zeug verstellen, damit es so klingt und dann zusammen mische, sage ich einfach, was ich will, aber irgendwo vermutlich fängt es dann schon an verschwimmen, wenn einfach das Zeug immer digitaler wird. Also ich habe mich aus dem Aus einfach ein bisschen gefragt, wer will denn da so quasi generell, weisst du, Tag für Tag nur so ein paar Texte eingeben und dann irgendwie generische, ja, wahrscheinlich für Geld machen wir alles, Also vor allem zum Geld generieren mit wenig Aufwand, weisst du? Ja, da ist es auch und das Tragische ist halt, zum Musik produzieren musst du irgendetwas können, du musst ein Instrument spielen, du musst singen oder du musst auch die relativ komplexe Software bedienen, wenn du einen elektronischen Track machst, weil so Abel und wie sie alle heissen und bei AI so ein paar Prompts eingeben, das kann jeder. Ja, das kann jeder und es kommt auch immer etwas dabei raus. Ja, aber wir hoffen, dass die Qualität so schlecht und generisch bleibt, oder? Genau. Also wir bringen das Letzte ab, einfach nochmal, damit ihr einfach nochmal gehört, wie schlimm das ist, damit ihr es nie, nie, nie macht. Nein, ich kann es nicht länger hören, ich habe es nicht. Also, genau, ich finde auch. Es verfolgt dich dann einfach in deinem Schlaf. Sonst, das brennt mir das Gehörgänge, aber es brennt hoffentlich nicht auf mein Display ein und das kann man nicht überleiten. Was für ein Segway. Wo ja offenbar mit Burn-In zu kämpfen haben, obwohl ich bin mir noch nicht sicher, ob das einfach nur Ratsumgung ist in der Verschwörungstheorie, aber genau, eines von den populärsten Problemen von OLED, von Displays, ist eben die Burn-In. Wenn etwas zu lang hell leuchtet, kann es einfach sein, dass du es nicht mehr wegbringst. Und jetzt gibt es offenbar eine Erfindung und Technologie, die das verhindern soll, Samuel? Man hofft es, man hofft es. Alle ausser du, du bist irgendwie der Burn-In-Lügner auf der Redaktion. Sonst wäre ein OLED-Pilzscher verkauft oder auch ein OLED-Pernse. Impfgegner, OLED-Lügner. Absolut, das ist die gleiche Kategorie. Nein, Oled ist ja seit Langem oder während Oled gekauft, hat es ein bisschen Angst, wenn ich das zehn Jahre lang brauche, habe ich dann Sachen, die nicht weggehen. Das ist wirklich ein technologisches Problem, das ist Fakt. Es kommt nicht auf die Frage, wie du mit dem Display umgehst, was du brauchst. Wenn es sich die ganze Zeit bewegt, der Inhalt, dann passiert das meistens nicht. Bei Fernsehen ist es eigentlich heutzutage fast nicht mehr ein Problem, aber ausser du den ganzen Tag mit einem statischen Balken. Aber bei einem Monitor ist es etwas anderes und die kommen ja jetzt immer mehr auf. Du hast halt die OLED-Monitore und wenn du die ganze Zeit die Menübalken hast, dann kann es schon sein, dass du es nach zwei, drei Jahren vielleicht mal permanent siehst. Der Phil hat ja jetzt einen, ich weiss gar nicht, und du siehst wirklich nichts. Nein, ich habe auch noch mit der Software, wo du die verschiedenen Fahrten bereichst. Ich habe nicht sicher schon drei Jahre. Ich brauche ihn ja jeder repräsentativ, ja. Gut, aber ich bin nicht repräsentativ für alle, aber ich sage einfach, das muss offenbar nicht passieren. Ich glaube, es passiert auch nicht immer. So ist es eh nie gewesen vermutlich, aber vermute ich einfach genug. Ja, ich glaube, es sind viele Faktoren, die man reinspielen, damit es wirklich passiert, oder wie lang es geht. Es gibt ja so Langzeit-Tests, die zeigen, dass es wirklich eine grosse Belastung braucht, bis du Burn-In hast. Anyway, es ist ein Problem, und mindestens wenn du den Bildschirm sehr, sehr lange hast, dann musst du vielleicht damit rechnen, oder auch im Fernsehen. Und jetzt gibt es offenbare Lösungen, also es könnte jetzt komplett Schluss sein mit dem, wie? Bildschirmschoner. Bildschirmschoner. Nichts haben angelegt, sie wollen ihre Technologie zurück. Nein, es gibt viele eleganteren Wege, und zwar haben Forschende von der University of Cambridge etwas herausgefunden, wie man das beheben kann. Sie haben eine Studie herausgebracht im Nature Magazine. Ich sage wahrscheinlich den Titel dieser Studie, damit ihr auch alle wisst, um was es geht. Der Titel der Studie heisst Suppression of Dexter Transfer by Covalent Encapsulation for Efficient Matrix Free Narrowband Deep Blue Hyperfluorescent OLEDs. Alles klar. Gehen wir weiter. Ich habe natürlich dringend gestöbern und versucht, das auf den Punkt zu bringen, was sie da machen. Es geht darum, jedes OLED-Pixel hat drei Subpixel oder vier Subpixel. Das Problem sind die blauen Subpixel. Blaue LEDs waren sehr schwierig zu produzieren. Ganz lang. sind auch jetzt immer noch das instabilste von diesen Leuchtdioden. Auch OLED haben solche Leuchtdioden. Bei OLEDs besteht jedes blaue Subpixel aus zwei Moleküle. Die heissen Sensitizer und Terminal Transmitter. Zwischen diesen zwei Molekülen darf eigentlich keine Energie fliessen, sonst werden die instabil. und das passiert aber anscheinend trotzdem mit der Zeit. Man setzt ganz komplexe Matrixen ein, Matrizen zwischen diesen zwei als Barrieren. Das ist mega aufwendig und das schlägt ein Fehl und dann ist Burn-in. Das passiert vor allem dann, wenn es hell leuchtet und lang leuchtet und dann wird instabil. Die Forscher gefunden, um den Transfer komplett zu verhindern. Sie packen die Moleküle ein wie ein Wintermantel aus einem Material. Alkalin heisst das. Sie haben viele Versuche gemacht und gemerkt, so sind die stabil. Es gibt eigentlich kein Burn-in mehr und das Beste daran ist vor allem sie sind erst noch einfacher zum Herstellen weil du brauchst die komplexen Barrieren dazwischen nicht mehr. Wenn es klappt zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt erstens hast du kein Burn-in mehr und zweitens wird OLED günstiger. Wenn es sich umsetzbar ist in der Massenproduktion ist ein riesiger Durchbruch kann aber schon sein dass es noch mehrere Jahre geht weil das ist eine Studie und die haben das beweisen dass das so ist und jetzt müssen die Hersteller das ist massgeblich LG und Samsung Display die müssen das zuerst anschauen müssen sagen das sieht gut aus wir wollen das übernehmen dann müssen es testen dann müssen es in die Massenproduktion integrieren das geht sicher noch zwei drei Jahre bis es dann kommt aber ich finde es cool ich als Monitor nerd freue mich darauf wenn es einschlägen und ich erinnere an eine meiner Predictions für das 24 war ich kaufe mir ein OLED Monitor jetzt wartest drei jahre genau ich bin näher dran sie sind mittlerweile sehr sehr gut die die ich teste sind wirklich sehr cool aber vielleicht wäre es noch besser das ist so kurz und knapp der wissenschaftliche Durchbruch das wäre cool ich bin gespannt schon gehofft dass das jetzt eingeführt wird und dass die iPads davon profitieren die Probleme einfach nicht doch doch es gibt auch iPads iPhones oder jegliche Smartphones mit OLED Displays da gibt sie seitenweise es gibt Threads von irgendwelche Leute die Burn-In haben aber dort muss es verschwindend gering sein das sind die 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 viele lesen habe ich das Gefühl auf dem Handy dann bist du selber geschaut wenn Bücher und so Sachen liest auf dem Handy oder iPad dann bist du selber geschaut für das gibt es E-Reader das ist einfach kacke ich finde es so unangenehm ich finde es so das Papering ist ja genau das entweder du hast ein richtiges Buch oder du hast Papering aber wirklich so keine Ahnung so ein 300-Seiten-Roman auf dem iPad selbst mit Blaufilter stelle ich mir das wahnsinnig anstrengend ich auch ich finde es auch unangenehm ich habe es mal probiert als ich One Piece gelesen habe und gemerkt es gibt so Online-Katalogen wo du es halt gratis lesen und dann wäre es sehr geil aber sind die schwarz-weiss ja die sind eben schwarz-weiss die sind eben alle schwarz-weiss darum sind sie recht angenehm du brauchst halt keine Farbe dann könntest du es eben gut auf einem E-Reader lesen aber nicht auf allen E-Readern kannst du eben solche Apps drauf tun das ist so ja gut dann mal schauen eben das in drei Jahren so weit sind gut komm dann gehen wir eine Kategorie weiter in unser Big Screen Auf meinem grossen OLED habe ich Poor Things geschaut ohne Burn-In noch nicht noch nicht aber der Film wie auch der hat sich bei mir auch eingebrennt es ist ein sehr sehr schräger Film ich hatte ihn auch schon länger auf dem Radar der hat ja dann auch für diverse Oscars nominiert hat ja dann vier gewonnen unter anderem Emma Stone für die beste Schauspielerin und das basiert auf einem Buch und die Regie hat Jorgos Lantimos einen griechischen Regisseur geführt ich habe den nicht gekannt aber der hat offenbar Regie bei The Lobster geführt das ist auch ein verdammt schräger Film ich würde sagen der sagt man im Fagat auch nichts das ist das ist das ist fast noch ich weiss nicht ob der nur schräger ist aber er ist auch schräger und als ich das gehört habe habe ich gedacht das passt ja da muss man nochmal dringüchseln der Film spielt so im viktorianischen London mit so Steampunk Einfluss wird überhaupt nicht kommentiert aber du siehst es ist nicht wirklich eine Welt wo es genau so gegeben hat und es folgt am Anfang so einer exzentrischen Art der Godin Baxter der sieht ein bisschen aus wie Frankenstein sein Monster er selber ist aber doch eher der Dr. Frankenstein aber er hat auch ein zusammengesetztes Gesicht ich weiss ehrlich gesagt gar nicht wieso ob ich das verpasst habe er wird gespielt von Willem Dafoe sehr schön und er macht oder hat schon gemacht eben sozusagen Frankensteins Monster und zwar in der Form von der Bella Baxter die wird eben gespielt von der Emma Stone und sie also sie sieht ganz normal aus aber sie hat also er hat sie irgendwie ein Leich wenn ja einer selbstmord gemacht hat hat er irgendwo aus dem Fluss rausgefischt und die ist eben gleichzeitig schwanger gerade gewesen und dann hat er einfach das Hirn vom Baby eher eingepflanzt und darum ist sie ein bisschen noch ein bisschen unterbeleichtert am Anfang und dann ist am Anfang wirklich dann ist sie so am Essen halt wie ein Baby auf einer Art sie kann zwar schon reden aber ist mussten halt immer sie dir bei der Hand genommen worden sie läuft so ein bisschen schusselig und so und das ist eigentlich die Geschichte die Geschichte folgt ihr und er ist der Film fängt schon nicht nur schräg inhaltlich an er ist auch mega komisch gefilmt also recht geil aber er ist zum Teil so komische Fischaugenlinsen und dann manchmal so völlig komische Kontraste mega farbig und praktisch jedes Bild jede Szene ist einfach sehr sonderbar ein Kunstwerk für sich wirklich wirklich also da ist einfach so hey mach einfach was du willst das ist einfach keine Regeln folgen und so so viele cineastische gibt es zum Teil solche Regeln wie das Zeug filmst und so und der schmeisst alles über den Haufen macht einfach was er will und ich kann nicht immer genau sagen warum braucht es da so eine komische Perspektive aber so zumindest jede Szene ist sehenswert und sehr sonderbar genau und der Godin Baxter also der Arzt der kommt dann der holt sich so eine Gehilfe wie heisst der ich weiss gar nicht wie der heisst ach doch der Duncan ich glaube der Duncan Weatherburn nein das stimmt nicht ist egal er kommt auch eine Gehilfe aber der verliebt sich in die und in die Emma möchte sie gerne heiraten aber sie findet nein sie will jetzt glaube ich doch irgendwie etwas von der Welt sehen und brennt den durch mit dem Duncan Weatherburn und der wie gespielt von Mark Ruffalo den die meisten als The Hulk kennen aus den Marvel Filmen und dann gehen sie zwei brennen irgendwie durch haben die ganze Zeit Sex miteinander was sehr explizit dargestellt wird weil es ist halt eben sie entdeckt sozusagen die Welt und entdeckt dann Sex und findet dann sowieso hat man nicht die ganze Zeit Sex und ist auch immer komisch ist ja nicht ein bisschen pädophil oder so wenn sie so gut ich meine sie sieht halt aus ich bin nicht ganz sicher mehr als eigentlich weiss er weiss einfach dass sie komisch ist aber ja so er verliebt sich einfach auch in sie und es ist einfach sehr sehr lustig halt ihr zu folgen weil sie halt einfach einen sehr komischen Charakter hat und dann irgendwie bei dem Essen mit Gästen einfach eine kurze Zündschnur hat und sie immer gerade sagt was sie denkt und dann den Dank auch etwas blöd findet aber danach gleich wieder so komm jetzt und jetzt möchte ich dass du mich da bedienst und so und es ist einfach sehr lustig und wirklich einfach so so schräg nach der sieben sie sind dann auf dem Schiff und so und dann haut sie dann ab von dem Danken wenn sie findet jetzt ist es langweilig und dann landet sie im Puff und dort erlebt sie noch viel schrägere Sachen aber er ist nicht er bleibt er bleibt immer muss man sagen jugendfrei nicht aber es ist jetzt nicht irgendwie düster und so es ist einfach es ist alles doch irgendwie relativ wie soll man sagen wie ist ein Film die Samuel die wo du immer so viel schaust wo alle immer gleich aussehen alles symmetrisch ja genau Wes Anderson hat es mich immer ein bisschen erinnert weil er einfach einfach ohne Symmetrie keinen symmetrischen Schatz also absurd so klein ja genau er ist weil dass sie immer in einen Spuff geht und so könnte schon meinen das wird es zu einem Drama aber es ist es bleibt gleich immer einigermassen lustig und also ich habe einen sehr sehenswert gefunden absolut schrägen Film sicher einen von den schrägsten Filmen die ich seit langem gesehen habe also absolut witzig poor poor things ist das genau und komm dann gehen wir in unsere letzte Kategorie in die Spielecke zocken bis der Notarzt kommt in der Spielecke ja und ich mache sonst gleich kurz den Anfang ich habe Horizon Forbidden West gespielt also ich habe es schon mal gespielt vor zwei Jahren oder so als es auf der Playstation rausgekommen ist hat es einer von euch auch gespielt? nein das ist die Fortsetzung von Horizon Forbidden scheisse was es heisst wie heisst Zero Dawn nicht Horizon Zero Dawn kann sein das ist mir völlig entgangen aber genau den zweiten Teil habe ich gespielt und das ist so ein Open World Action Game wo in der Postapokalypse wie sie es nennen spielt eine Welt wo eigentlich kaputt gegangen ist aber jetzt schon wieder irgendwie aufgebaut ist und dort leben so Roboter Dinosaurier und die Aloy die Hauptperson spielst du die versucht die Welt zu retten und ich habe jetzt hier vor allem den DLC gespielt weil jetzt ist es eben erstmals auf dem PC rausgekommen ah dann wird es auch mal interessant genau darum habe ich es eben wieder gestartet ich habe das letzte eigentlich schon recht gut gefunden nicht so super wie der Domi der es 10 von 10 gibt weil er einfach keine Ahnung hat und unkritisch ist das kann dafür jetzt sagen wenn er noch mal nicht da ist und ich weiss als ich das gespielt habe auf der PS5 glaube ich habe mich immer genervt weil du hast immer müssen wählen du willst du 30 Frames pro Sekunden Modus dann hat es schöner ausgesehen aber es hat einfach so gummimässig war oder du willst mit 60 Frames spielen und dann ist es einfach ein bisschen körnig das hat mich so richtig genervt das ist einfach so muss ich mich entscheiden ich will beides und jetzt auf dem PC ich spiele es mit 120 Frames mit 4K und mit allem Raytracing und allem Shit und es sieht im Fall immer noch sensationell aus also ich meine jetzt sieht es natürlich noch besser aus also logisch jetzt ich karte so am Räuchen wirklich Butterwein kannst du spielen und ich habe dann ich wollte den DLC spielen aber du kannst dann nicht direkt anfangen und ich habe natürlich das Save Game nicht transferiert von der Playstation zwei Tage gegangen und dann hat es auf Reddit die Leute das schon durchgezogen und da bitte Save Game Level 35 da habe ich das Save Game genommen und dann können den DLC Burning Shores heisst der dort spielen und dann hast du eben schon solche Flug-Saurier und solche Sprachen hey und eben ich finde es spielerisch immer noch actionmässig ist es einfach geil weil die Kämpfe gegen die Dinosaurier die sind einfach mega dynamisch weil die die bewegen sich so unvorhersehbar du kannst ihre Teile abschiessen explodieren alles schön wirklich tip top was mich aber wirklich immer noch genauso stört wie beim wo ich es damals gespielt habe das ist so das Game ist so gaming und ich meine das klingt jetzt widersprüchlich weil das Game sollte ein Game sein aber es ist einfach so ich möchte auch in eine Welt hineinzogen werden und eine Illusion von so einer lebenden Welt und ich finde das ist einfach so alles wirkt so nach Game also weisst du also künstlich meinst du wie wie ja das ist einfach so das fängt ja du musst erstens ständig klettern das ist auch so etwas kann man das mal abstellen dass man immer überall klettern muss und hashtag uncharted ja wirklich das ist du musst immer klettern und da ist es wenigstens sehr vertikal da bist du auch hoch und so aber dann bist du mit einer unterwegs und eben schau jetzt müssen wir natürlich wieder dort hoch finden einen Weg und dann findest du so Katapult und mit diesen Katapult schiessest du dann so also Balistas Balistas nicht Katapult schiessest du dann so Speer in die Wände und dann kannst du durchklettern ja das ist doch eigentlich lustig aber du musst es etwa zehnmal machen und das hat immer so Sachen weisst du bist nonstop ein Zeug zusammenlauten wenn du die komplette Steuerung ist komplett überladen mit dem einen Tasten blendest dein Waffenrad ein hey und du hast irgendwie 30 verschiedene sozusagen also du hast etwa 5 verschiedene Waffen dabei mit je etwa 4 verschiedenen Munitionstypen und es ist einfach also es ist es ist so überladen irgendwie das Game und einfach so Mechaniker um den Mechaniker willen oder ja wie wenn ich das los mit den Balistas und so das ist so genau und das ist finde ich dann wie so das fängt für mich nicht so es ist halt wie soll man sagen es ist nun auch ein bisschen ein Checkliste Game auch wenn es sich da schon versuchen mit der Story doch etwas zu erzählen hey aber eben wenn man es jetzt vor allem noch nie gespielt hat es ist eben visuell findest du nicht viel besser es ist eine riesige Welt wo du erkunden jetzt auf dem PC es läuft super gut mit all dem DLSS und ich glaube auch FSR FSR wenn es mit AMD Grafikkarten möchte spielen wirklich immer noch geil eben Action die klopft einfach eben ich habe jetzt das Gameplay sonst einfach das Quest Design jetzt nicht extrem originell gefunden und aber wie gesagt ich habe auch den ersten Teil wirklich gut gefunden einfach nicht nicht überragend aber da gehen ja die Meinungen auseinander jedenfalls wenn es noch nichts zu sehen kann man es jetzt auch am PC spielen ist auch die Complete Edition das Add-on ist auch dabei genau und ja apropos Add-on du Samuel hast ja Age of Empires 2 einen DLC der neuste DLC ich habe ich habe ich habe vorher übrigens noch nie einen DLC von Age of Empires 2 das ist die Premiere von mir also ja um was geht es Age of Empires 2 hat einen neuen DLC also das ist ein uraltes Game DLC heisst Victors and Vanquished und das ist es sind so Singleplayer-Szenarien kostet 13 Franken auf Steam also ist relativ günstig das ist für die Definitive Edition ich kann sagen auch nicht mehr über den Blick was es jetzt alles gibt das hat den Age of Empires zweimal gegeben ich weiss nicht mal wann es rausgekommen ist 20 Jahre mehr viel mehr dann hat es irgendwie die HD Edition gegeben einfach so ein bisschen aufgemöbelte Grafik und Definitive Edition ist glaube ich noch mehr überarbeitet genau und im Prinzip der DLC Victors and Vanquished fasst mehrere Community Mods zusammen also es hat immer so ganz viele Leute gegeben die Szenarien erstellt haben für Age of Empires 2 und der DLC macht eigentlich nichts anderes als dass es die Beste von dem nimmt und dann irgendwie vertont und verbessert und vertont den meine ich wirklich so wer mal Age of Empires 2 gespielt hat früher da hast du am Anfang immer so die skizzierten Kampagnen gehabt wo jemand die Geschichte erzählt hat und so das ist das gibt es jetzt auch wieder und es sind 19 historische Szenarien es sind aber eben nur in Anführungszeichen Szenarien und keine Kampagnen im Originalspiel hast du ja so die zum Beispiel Johanna von Orle ist so eine wo dann aus jeweils sechs wenn es mir recht ist sechs Maps bestanden hat wo du nachher an Tour gespielt hast und Szenarien hingegen das ist einfach ein Map ein Szenario und dann ist es wieder fertig und das zieht mich so ein bisschen weniger rein habe ich dann auch gemerkt was es nicht gibt im DLC es gibt keine neue Völker es gibt eh schon mehr als genug habe ich dann gemerkt mit den ganzen keine Ahnung die umleben also ich finde das zu viel ehrlich gesagt vielleicht eben auch weil ich schon wirklich lang Keitsch Vampires 2 mehr gespielt habe aber ich jetzt bei dem bin ich irgendwie hyped gewesen ich weiss auch nicht warum ich glaube wegen diesen erzählten Singleplayer Kampagnen das hat so meine Nostalgie total getriggert also früher noch als ich Kind war ist Age of Empires schon eines der grössten Spiele meiner Kindheit ich sage jetzt mal so Alarmpartys sind wir das am Mitternacht rausgenommen hast und dann bis morgen um vier irgendwelche epische Schlachten gekämpft hast die Singleplayer Kampagne mit dem hat es irgendwie angefangen und das ist die aus dem Original das ist mir so es hat sich so in mein Hirn einbrennt die sind völlig magisch gewesen wie die die Geschichte erzählt haben also für mich ist es besser gewesen als jeder Geschichtsunterricht ich habe die heute noch mehr oder weniger auswendig behaupte ich jetzt mal Johanna von Allian und Barbarossa und was es immer gegeben hat ich glaube ich habe die in Fall gar nie gespielt ich habe bei diesen Strategie Games Command & Conquer doch dort weil die auch noch geile Videosequenzen hatten aber äh geil ja die sind gut gewesen mit dem Tim Curry und so ein unglaublich cringe aber ich erinnere mich auch gerne daran die sind lustig aber ich habe bei vielen so den Strategie Games oft einfach die Skirmish du hast einfach die Maps gespielt du hast ausgewählt wie viele Botsworts drauf war und dann darum bei Match 1 habe ich wirklich nie Kampagne gespielt ich weiß schon was du meinst die Langzeit Motivation ist natürlich näher dass du mit anderen Leuten noch gegen die Bots antreten oder gegeneinander das ist cool aber ich habe es gefunden dort sind Kampagnen wirklich gut gemacht vor allem für damalige Verhältnisse 1999 danke das sind ja wirklich 25 Jahre fast September jetzt beim DLC ich habe mit zwei angefangen wo man so ein bisschen etwas gesagt hat mit zwei historischen Kampagnen nämlich Otto der Grosse und Karl der Grosse das sind zwei Grosse und ich habe gemischte Gefühle bekommen habe ich dann gemerkt einerseits das Spiel hat sich sofort angefühlt als wäre gerade zu Hause auch wenn ich letztes Mal vor zehn Jahren oder mehr gespielt habe es ist halt Age of Empires es ist immer noch die genau gleiche Mechanik und ich finde es nach wie vor einfach eins von den besten Echtzeitstrategiegames die sie je gegeben hat und ich finde auch das 3 und das 4 die da mal rausgekommen sind die ja das ist einfach nicht das gleich die können dem irgendwie nicht das Wasser reichen dem Original und das macht immer noch mega Bock also halt mit 40 Rittern irgendwie durchs Land ziehen und da irgendwelche Dorfwohnungen aber schlachten es ist einfach lustig aber eben es sind halt Szenarien und es sind nicht Kampagnen und das ist einfach nicht das gleiche also das zieht mich dann so von der Storyline her überhaupt nicht gleich rein und ich finde auch die Vertonungen und die Erzählungen die kommen einfach nicht als Original also es ist viel weniger ausführlich gemacht es ist weniger lang es ist irgendwie weniger liebevoll vertont und dann sind auch ein paar Szenarien so ein bisschen RPG-mässig weißt du wo du dann über so eine riesen Map musst mit deinem König und dann kriegst du einheiten über Romus weiter das ist irgendwie das habe ich in dem Herr der Ringe Battle for Middle Earth mega geil gefunden aber das ist ja auch Herr der Ringe ja genau du hast so Helden und so zum nichts anderes nicht und da finde ich halt es hat auch andere Karten Karl der Grosse das Szenario ist wirklich so eine klassische Map wo du halt musst aufbauen und dann eine Armee aufbauen und dann andere besiegen das ist klassischer das finde ich auch gut aber zwischendurch die RPG-Szenarien finde ich nicht so cool und auch bei den klassischen Maps fand ich ja irgendwie sind sie künstlich schwer gemacht sie sind zum Teil wirklich sauschwer ich habe auf den harten Schwierigkeiten durchgespielt das ist früher immer gut gegangen und jetzt da ist es dann wirklich zum Teil also zum Teil muss ich neu starten und Karl ist aufhärt ja ja es ist okay vielleicht habe ich ein anderer Maß zu schauen oder vielleicht bin ich auch schlechter worden ich glaube das ist nicht mehr so gut da hat man einfach mega viel Zeit damit verbracht und ist voll drin gewesen das kann sein das ist das dritte Mal hat es geklappt aber die Karten sind gigantisch gross und dann hast du manchmal nebenziele die künstlich mühsam sind beim Kartengrossen musst du vier Gelehrte finden sonst kannst du nicht zum Imperial Age voranschreiten und die sind irgendwo auf der Map versteht und du hast die Europa Karten und du hast keinen Anreiz zum Schiff bauen und du hast einen Gelehrten der sitzt in England oben und das ist aufgedeckt also du musst die ganze Karten erkunden um den finden und das ist nur zum Playtime verlängern ja wirklich und das hat mich recht genervt aber trotzdem habe ich es am Schluss auch gestern wieder bis zum 11 gespielt weil irgendwie macht es halt süchtig die Reviews online sind durchgezogen aus den gleichen Gründen und sie sagen halt auch ja eigentlich ist es Geldmacherei mit Content das schon länger frei verfügbar war das sind Community Szenarien und das haben sie verbessert und aufgemöbelt und ist ein bisschen fragwürdig und ich finde auch es ist ein bisschen mehr versprochen als es noch hält es gibt anscheinend irgendwelche Bugs habe ich jetzt so nichts angetroffen aber so mein Fazit ist wirklich man kann sich das geben wenn man Lust hat auf einen Nostalgieschub dann macht es wirklich Bock und zieht einen vielleicht wieder rein aber man darf nicht zu viel erwarten es ist nicht wie ein Originalspiel ja gut aber ich muss vielleicht einfach mal eins spielen ich fand zwar das 4 noch easy aber ich habe es auch nicht so lange gespielt wie ich es erhofft habe ich glaube es kann fairer weiss das ist ja wirklich so Kindheitserinnerung und da ist es halt neu und gross gewesen und jetzt hat man das Gefühl im Kopf und ich glaube das bringe heute einfach nicht mehr an oder wenn eben als Nostalgie Trigger aber ein neues Spiel wie das 4 zum Beispiel das wird sich nie mehr gleich anfühlen das weiss vielleicht für die die zum ersten Mal spielen vielleicht genau ja gut dann werden wir am Ende von unserem Podcast das Geltnet durchkommt vom angefressenen Podcast auch eine neue Folge ist das richtig? yes genau das ist geplant am Medizistag gut über Gaming Gaming auf Mac übrigens falls euch interessiert ich komme dann auch wieder auf dem Feed bis wir das auch mal weiter aufgesplittet haben dort sind wir immer noch dran und sonst wie gesagt könnt ihr auch separat abonnieren den angefressenen Apple Podcast und dann sage ich Samuel, Michel und Flo danke vielmals fürs Mitmachen allen anderen fürs Zuhören und bis in einer Woche Tschüss miteinander Tschüss Tschüss Tschüss